Jo Leute, was geht ab? Ich bin zusammen mit auf dem Kanal, heute mache ich neue Woche 2 Season Aufträge, Auftrag Nummer 4 und zwar kaufe einen Gegenstand von Charly Neuralux oder TRZ 8 und ja, fangen wir direkt an mit dem Auftrag. Ja Leute, ich gehe zu Charly oder eher gesagt Assassin Charly und zwar, er ist auf der Kategorie genau hier, so, er heißt einfach nur Charly mit so Buchstaben und ja, wir gehen einfach mal zu ihm, wir müssen irgendwas kaufen, ich kaufe ihr einfach mal ein Gegenschein mit dem Kaufen, entweder ihr kauft diese Kampfschrautfente oder ein Biggie, ich kaufe jetzt einfach den Biggie und dann hättet ihr auch den Auftrag abgeschlossen und ja Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen, lasst gerne einen Like da, abonniert gerne mal, Kanal, lasst gerne, wenn ihr kein Video mehr verpasst, dann bin ich einfach sagen, was schon mit dem Video und ciao und bis zum nächsten Mal Leute, tschüss, tschüss.